Montag, neue Woche und eine Frage, ein Impuls, der sich der Suche nach Verbündeten widmet, Verbündeten in deinem Projektumfeld. Die Frage lautet, wer hätte den allergrößten Nutzen durch dein Projekt? Hoffentlich hast du eine Antwort, denn was ich will ist, dass du mit dieser Person sprichst, regelmäßig sogar. Das ist nämlich dein stärkster Verbündeter bzw. deine stärkste Verbündete. Oder sie sollte es, wenn sie es noch nicht ist, werden. Das ist in der Regel auch die Person, die dir ohne große Probleme lockerflockig drei, vier Praxisbeispiele nennen kann, warum das, was ihr mit dem Projekt vorhabt, super wichtig ist, was in der Praxis heute schiefläuft und verändert werden muss. Was sich schlussendlich der allergrößte Nutzer deines Projektes von diesem Projekt verspricht. Und das sind sicherlich deine Top-Anforderungen für das Projekt und haben einen großen Einfluss auf die Ergebnisse, die er am Ende abliefert. Und deswegen macht es Sinn, diese Person zu kennen und auch regelmäßig mit ihr zu reflektieren, ob die Probleme vielleicht schon abgestellt wurden oder ob es immer noch Praxisbeispiele gibt, wo ihr merkt, das Projekt ist noch nicht wirklich am Ende. Viel Spaß dabei und gerne auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, wenn dir solche Impulse gefallen. Wenn du Spaß daran hast, aus verschiedenen Perspektiven auf dein Projekt zu blicken, schau gerne über den Link in den Shownotes auf meine Webseite. Da gibt es noch viel mehr davon. Viel mehr Input auf deinem Weg zur Brillanz.